Heute kommt der Hans zu mir, heint sich die Lies. Ober, aber, über Oberammergang, oder aber, über Unterammergang, oder aber, über Hans, da gibt es die Lies. Ober, aber, über Oberammergang, oder aber, über Unterammergang, oder aber, über Hans, da gibt es die Süßdimpf. Heint geht die Lies, mit mir zum Ruchtenfest. Heint geht die Lies, mit mir zum Kraftentfest. Und sie, aber, über Oberammergang, oder aber, über Unterammergang, oder aber, über Hans, da gibt es die Süßdimpf. Und sie, aber, über Oberammergang, oder aber, über Unterammergang, oder aber, über Hans, da gibt es die Süßdimpf. Und sie, aber, über Hans, da gibt es die Süßdimpf. Egal ob über Oberammergau oder Unterammergau, sie landen immer auf der Kulturmeile Ammergauer Alpen.